Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zum Modern Blade Warband mit dem Warsword Conquest Mod. Wir kümmern uns gegenwärtig darum hier Karakirn einzunehmen. Natürlich wird es noch ein bisschen dauern bis sich unsere Truppen regeneriert haben. Joa, desto länger wir hier warten, umso besser. Oh nein. Uh. Der hat Angst vor Lord Ludpuldus. Das finde ich gut. Hm. Lord Ludpuldus, bleib mal hier. Was hast du gar nicht für Truppen? Hast du Kavallerie? Ich weiß es nicht. Hm, der will nach Karakirn über die Stadt bemannen. Wir sollten ihn eventuell im freien Feld treffen. Geh mal bitte hier hin. Oha. Oh, da kommt eine riesige Zwergenstreitmacht. Wir verziehen uns Mainz hinter Land. Leute, alle mal mir nach. Da haben wir ja noch mal fast rechtzeitig reagiert, würde ich behaupten. Äh, Leute, lasst euch da bitte nicht auf Kämpfe ein. Das fände ich doof. Vielleicht ziehen die sich gleich wieder zurück, die Zwerge. Sollte irgendjemand mal nachgucken gehen. Vielleicht zu dritt haben wir eigentlich genug, Leute. Beförderung haben wir wieder. Ein weiterer Master Gunner. Morada Champion oder ein Berserker. Diesmal mal ein Berserker. So, noch ein Skirmisher, damit wir noch mehr Schützen haben. Schützen sind ja das A und O bei einer Belagerung. Ich hoffe mal, die machen jetzt keine Partien Karakirn oder so ein Quatsch. Das wäre mir sehr unangenehm. Oh, das sind nur Elfen. Leute, Puldus, renn doch bitte nicht weg. Hm. Der Alrik kümmert sich hier anscheinend um die Besatzung. Ja komm, helfen wir mal mit. Wir helfen Zorzer. Und ich führe meine Truppe natürlich selber an. Ihr dürft alle angreifen. Äh, wo müssen wir lagen? Leute! Da hoch? Was ist, wenn ich außen rumgehe? Wäre das vielleicht nicht klüger? Anscheinend ja. Wo sind sie? Ach, da oben. Da oben kommen sie angerannt. Das dürfte nicht lange dauern. Weil zu viel XP brauche ich ja auch nicht mehr, denke ich mir mal. Oh, nicht erwischt. Dafür jetzt. Und hört mal auf, mich zu schlagen. Das mag ich überhaupt nicht. So, wie viele sind denn noch übrig? Noch einer. Haben wir es bald? Ist der auf der Flucht oder so? Wir werden sehen. Es gefällt mir jetzt gar nicht, dass da... Oh, einer von denen ihren Fürsten oder Königen in der Burg drin ist. Oder in der Stadt. Kein Problem, Zorzer. Ja, wir bekommen eine ganze Menge Müll, was wir nicht wollen. Wir hätten nicht so lange warten sollen, schätze ich mal. Dann hat uns dieser Aldrik hier höchstwahrscheinlich auch verjagt. Da kommen die vier Bar und holen wir uns auch noch. Wir werden uns nicht entkommen. Oder vielleicht doch? Hm. Ludpol dreht mal mit mir. Aha, aha. 27. Naja, eine Aufgabe habe ich für dich nicht. Ich glaube, wir werden mal die Stadt trotzdem belagern. Dann schwächen wir halt noch einen von ihren Lords ab. Sollen wir aber recht sein. Oh, guck mal. Da kommt er raus. Gut. Hm. Der will ja anscheinend die Stadt bewachen. So dämlich, wie die manchmal tun, sind sie ja gar nicht. Weißt du was? Wir belagern die Stadt. Genau. Leitern. Do it. Dann schwächen wir den da drin auch nochmal ein bisschen ab. Oh, Level-Ups. Die sollte man definitiv nochmal mitnehmen. Gecko, was sagst du dazu? Hm. Na komm, dem erst mal Stärke. Power Strike. Wunderbar. Dress Nuts. Na komm, Stärke, damit du besser Rüstung tragen kannst. Power Strike, damit du mehr Schaden machst. Dann meine Tribesmen upgraden. Und meine Clan Rats. Nun gut. Belagern wir die Stadt nochmal. Do it. Oh, Moment mal kurz. War da eine riesige Armee? Hm. Kannst du mal wieder verschwinden, damit ich das hier sehe? Truppen anführen. Au, nicht auf mich. Oh ja, da gibt es eine ganze Menge Rack, du Uga. Schützen? Ihr kommt mal mit. Lockiert da hinten den Weg nicht. Also dann hoffen wir mal, dass die ganzen Red-Uga hier mal ordentlich Dampf machen können. So, dann stellt euch mal bitte alle hierhin auf. Und dann Feuer frei. 14 tote Gegner mittlerweile. 16, 17. Ja klar, die Uga da oben. Die kümmern sich drum. Hm. Was hast du denn fallen gelassen? Nur Munition? Blöd, dass ich von hier aus mich sehe. Da muss ich doch wohl da rüber gehen. Schau mal beiseite. Ich will hier nicht den Kugelfang für euch spielen. Hm. Nur noch 75 Gegner. Ja, ein paar Uga da oben auf der Mauer und alles ist geritzt. Wunderbar. Ah, Verstärkung. Hoppala. Äh, schützen konnten wir alle bitte mit. Damit wir da hinten Platz haben. Die Verstärkungstruppen da eiskalt durchmarschieren können. Es sind auch neue Feinde eingetroffen, wie es aussieht. Moment. Schützen bitte näher zusammen. Dann können wir uns mal hier aufstellen. Genau. Oh ja, da wird jetzt eiskalt durchmarschiert. Wenn die Zwerge dem noch gegenhalten können, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ich glaube, dass wir noch so ca. 100 Mal in Reserve bei denen. Hm. Meine Schützen haben aktuell keine Ziele. Schützen mir nach. Wir stellen uns da oben auf der Mauer auf. Und hoffen einfach mal, dass es kein Fehler ist. Na, guck mal da unten. Ja, guck mal da hinten sind noch welche. Ah, jetzt nicht mehr. So, schützen. Lasst mich mal durch. Nicht einquetschen. Haltet hier mal die Position. Oh, neue Feinde. Ach, die kommen da aus dem Eck. Oh, oh. Leute, hierhören. Habe ich nicht mehr Schützen? Guck mal, wer da unten rumgammelt. Muss ich mich wohl selber um die hier kümmern. Wie kommt man denn da runter? Einfach unter Beschuss nehmen. Das passt dann schon. Hey, 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 hey. Nicht auf mein Schild schießen. Das mag ich gar nicht. Aber von da hinten ballert der auf mich. Äh, Gana. Springt da bitte nicht die ganze Zeit runter. Hm. Da wird es langsam knapp da vorne. Aber gut, wenn wir diese 100 hier erledigt haben. Oder ist der schon tot? Oh, nein. Na komm, nimm noch mehr Munition auf. Ähm. Gib mir bitte mal eine Pistole wieder. Wo habe ich jetzt die Munition entsorgt? Ja, ich muss hier langsam nachladen. Da kann ich schießen. Ich darf mich halt nicht bewegen. Ach, 83 Gegner. Hm. Ja, um die kümmern wir uns dann später. Ach ja, meine Pistole habe ich ja auch noch. Eieiei, zieht sich das Ganze wieder. Der ist tot. Wir müssen wirklich darauf achten, dass die hier nicht durch... Ah, guck mal. Verstärkungsgruppen. Sehr gut. Äh, sch. Moment. Nicht runterfallen. Schützen. Kommt mal bitte mit. Ich lade ja mal in der Zwischenzeit auch mal mein... ...Gewehr nach. Äh, sind da alle Schützen jetzt abgesprungen oder was? Nun gut. Dann stellt euch mal hier auf. Oh ja. Die Waffe hat es in sich. Ein Schuss, ein Treffer, ein Toter. Ich brauche auch dringend mal so ein Gewehr. Für Belagerung ist es bestimmt nicht schlecht. Wieder zurück zum Nachladen. Kann ich den da hinten erwischen? Nö. So, noch 84 Gegner. 82. Oh, oh. Hehe. Ähm, schützen. Position halten. Dann sollte mal jemand nachladen. Genau, schießen und schnell wieder zurück. Das haut Hönn. So, der nächste bitte. Noch 72 Gegner. Wir sind leicht im Vorteil. Und der nächste ist weg. Wunderbar. Der wäre auch erledigt. Da schießt jetzt keiner mehr auf meine Leute. Und der nächste weg. Moment, auch von der Munition. Sind da nochmal wer Gegner eingetroffen? Nein. Nicht getroffen. Aber ich zum Glück auch nicht. Ja, ich brauche mehr Zeit zum Zielen. Habe ich aber nicht gesagt, du solltest hier die Position halten. Und noch 47 Gegner. Ja, schreit noch lauter. Und wieder. Ey, ey, ey. Nicht blockieren, Leute. Wäre ja doof, wenn ich da hinten drauf gehen würde. Ich glaube, meine Schützen haben keine Munition mehr. Oh. Wird doch wirklich ein Headshot kassiert. Na komm, wir ziehen uns zurück. Mhm. Verlassen wir mal die Belagerung. Nur noch 10 Mann in Karakören. Ich habe wie viele? Noch 16. Ja, das wird nicht nochmal passieren. Keine Sorge. So. Leitern vorbereiten. Do it. Mit den 10 werden wir schon fertig. Ah, nochmal ein Schaltag. Da kommt jetzt keine Zwergen-Armee an. Ja, genau. Kippt direkt von meinen Füßen um. Sind das echt nur noch 10? Ne, 33. Verdammt. Die konnten ein paar Verluste regenerieren. Dann, Leute, Feuer frei. Oh, oh. Haha, sorry. Meine Schuld. So, nur noch 24 Gegner. Ich habe halt auch nicht mehr so viel HP. Zeig dich. Guck, guck. Noch 12 Gegner. Na komm, Schützen. Mir hinterher. Wir gehen da jetzt hoch. Noch 8 schützen. Das wäre jetzt gelacht, wenn es uns jetzt nicht gelingt, Karakirn einzunehmen. Wo schießt denn der? Von da unten. Ins Genick geschossen. Oh, oh. Ich sollte mich da mal raushalten. In aller Ruhe nachladen. Noch 2 Feinde. Nicht darunter fall. Das könnte tödlich enden. Ja gut, dann komme ich halt mit. Oder hinterher. Wo verstecken die sich? Ach, da hinten irgendwo? Oh. Oh. Ja, da hinten ist er irgendwo. Na komm Leute, holt ihn euch. Juhu. Karakirn gehört jetzt offiziell uns. Sehr schön. Oh. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Natürlich nehmen wir die ganzen Gefangenen hier mit. Und dann habe ich die Qual der Wahl, mir hier was auszusuchen. Habt ihr Red Ogre? Was sagt ihr denn? Ach so. Chaos Troll. Na komm, wir nehmen erstmal die ganzen großen Leute. Skaragunner schützen sind immer gut. Warrior of Khorne kann man mitnehmen. Ähm. Chaos Zellute, natürlich. Sonst noch Wünsche. Hm. Habt ihr nichts besseres? Hm. Na komm, hier noch ein Troll. Ogbegunen kann man mitnehmen. Koblenreiter. Gefangenen als Zwerg, warum denn nicht? Na ja, alles wo Boss dahinter steht, kann man natürlich auch mitnehmen. Molder Packmaster, die Skarmischer, die kann man natürlich ausbilden. Knightrunner. Master Molder. Terran Clan Red. Da nehme ich noch die Clan Reds hier mit. Die Benji kann man mitnehmen. Die Black Red. Veteran Black Red. Welt Champion. Morada Hunter. Morada Veteran. Storm Vermin. Morada Veteran Hunter. Warblock Engineer kann man mitnehmen. Na komm, noch ein Knight Goblin. Dann nehmen wir dich noch mit. Poison Wind Glob a dir. Und Black Monk. Und Black Priest. Oh, und Scarlet Chesalier. Asian Assassin. Master Gunner. Da kommen die einen Sklaven, die wir auch mitnehmen. Hm. Da kommen die mal noch ein bisschen Kavallerie an uns. Na komm, den Hacker kann man mitnehmen. Wolf Reiter. Ein Schützel. Hm. Heavy Bashar von mir aus. Ein paar Orcs. Aber die sehen mir ja relativ schwach aus. Ein Orc Warrior. Orc Berserker. So, nur noch vier Leute. Black Orc Boss. Noch zwei. Nehmen wir noch diesen Typen hier mit. Und der Rest bleibt leider zurück. Ich hoffe, ihr habt nichts Gutes übersehen. Ein Squick Rider. Hm. Weißt du was? Fertig. Puh. Puh. Jo. Erstmal so rum. Äh. Garnison. Uh. Ausgewählt sucht er. 8300 Gold. Ein Master Gunner könnte man gut gebrauchen. Desert Dogs. Wie sehen die denn aus? Ach so. Kavallerie. Wie überhaupt Menschen haben möchte. Morada Champion. Da kommst. Nutz weiter hoch. Du sollst ganz weit nach oben. Genau hier hin. Zu meinen Ratten. Was haben wir denn hier schon? Es gibt Tribes Man. Morada. Morada Veteran. Champion Warrior of Korn. Weißt du was? Die geben wir mal ab. Ne. Wisst ihr was Leute? Die Folge ist ja eh schon lang genug. Das ganze Management machen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.